Vielen Dank, Brian, dass du dir die Zeit nimmst für dieses kurze Interview. Ihr habt gerade jetzt angefangen. Was sind so deine ersten Eindrücke von der Gamescom? Wir haben ordentlich zu tun, seit die Tore der Gamescom sich geöffnet haben. Normalerweise ist es sogar so, dass heute am Pressetag nur halb so viele Besucher kommen, wie dann wirklich bei den Öffentlichkeitstagen. Das heißt, wir werden immer mehr zu tun haben, je weiter sich die Gamescom zum Wochenende erstreckt. Das kann ich mir vorstellen, aber für den ersten Tag ist es schon eine ziemlich lange Schlange, oder? Ja, das stimmt. Die Schlange ist sogar so lang, dass wir vermutlich sie auf der anderen Seite aufbauen müssen. Denn es tut mir jetzt schon leid, dass die Leute so lang stehen, dass sie den anderen Stand behindern hinter uns. Und ihr habt jetzt den Livestream laufen. Laufen die gut? Ja, die laufen sehr gut. Wir sind halt sehr bemüht, die Livestreamer nicht zu überfordern und natürlich den Stream zum Absturz zu bringen. Der Stream läuft über zwei Stunden, also immer in zwei Stunden Abschnitten. Hat um zwölf Uhr angefangen. Es ist wirklich interessant, weil wir mehrere Streamer haben, die dann auch Gameplay zeigen und außerdem, wie das hier gerade auf dem Stand läuft. Es gibt mehrere Kameras, die das zeigen. Und ja, das Spiel wird gezeigt, die Leute, die es spielen und alles, was hier auf der Messe damit zu tun hat. Und welche Version können die Leute hier aktuell spielen? Ist es Patch 2.4? Ja, sie spielen aktuell 2.4. Möglicherweise schaffen wir es heute oder morgen, doch ihnen ein bisschen mehr zu geben, aber das werden wir dann erst sehen. Du arbeitest ja bei Foundry 42 in Frankfurt. Das Team dort wächst ja wie verrückt. Habt ihr aktuell schon neue Räumlichkeiten oder plant ihr demnächst noch weiter zu expandieren? Stimmt. Wir haben vor drei Wochen die neuen Räumlichkeiten in Frankfurt komplett übernommen. Ursprünglich hatten wir Platz für etwa 49 Leute mit knapp 600 Quadratmetern Fläche. Jetzt haben wir noch etwa 400 Quadratmeter mehr bekommen und somit können wir 25 weitere Leute unterbringen. Das Team wächst also weiterhin und wir sind auch weiterhin bestrebt, dort das Team so weit zu vergrößern, dass es passt. Tatsächlich ist aktuell, während wir hier auf der Messe sind, einer unserer IT-Leute damit beschäftigt, die Leute zu ihren neuen Arbeitsplätzen zu bringen. Was ist der Hauptfokus von Foundry 42 in Frankfurt? Also für welche Aspekte des Spiels seid ihr hauptsächlich verantwortlich? Wie die meisten wissen, sind wir hauptsächlich im technischen Bereich und in der Technologieentwicklung involviert. Wir haben ein sehr, sehr starkes Tech-Team, insbesondere durch zwei Senior Technical Directors, den Lead Animation Programmer, bestimmte Lead Physics Programmer und so weiter und so fort. Also das bedeutet, wir sind insbesondere technisch bei Foundry 42 Frankfurt sehr, sehr gut aufgestellt. Dabei sind wir außerdem federführend in Sachen wie zum Beispiel der KI und der NPCs, sowie auch im Bereich wie Level-Design, also das heißt Level- und Systemdesign. Das bedeutet, nicht nur fürs PU ist das wichtig, sondern auch für Squadron 42 und noch einige andere Dinge. Wir haben eine komplette Cinematics-Abteilung, die wirklich die schönen Kamerafahrten und Dinge organisiert. Und um Waffen kümmern wir uns auch. Wir haben also sogar ein kleines Team, was sich ausschließlich um FPS-Waffen kümmert und sowie ein kleines Qualitätssicherungsteam, also QA sitzt auch bei uns. Wir haben zwar viele Dinge, wo wir wirklich ganz vorne mit dabei sind, allerdings, und das kann ich nicht oft genug betonen, es ist wirklich ein Effort zwischen allen Teams. Das heißt, es geht tatsächlich darum, dass alle zusammenarbeiten. Gerade der Fakt, dass hier viele Studios über die ganze Welt verteilt an einem Spiel zusammenarbeiten, ist sehr beeindruckend. Welche Technologien benutzt ihr denn, um euch intern zu koordinieren? Benutzt ihr zum Beispiel viel Skype? Wir haben zum Beispiel Repositories, die jegliche Form unserer Dokumentation direkt miteinander teilt, sodass jeder auf alles zugreifen kann, wofür er eingeteilt und berechtigt ist. Und diese Systeme werden natürlich über alle Studios gleichzeitig benutzt. Außerdem muss ich ehrlich sagen, wir benutzen sehr viel Skype. Es ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo Skype für uns tatsächlich ein erweitertes Team darstellt. Das heißt, wir die Möglichkeit haben, direkt mit Leuten zu sprechen, die nicht im gleichen Raum sitzen, aber genauso mitarbeiten können. Also ein Künstler kann zum Beispiel an einem Projekt arbeiten, während andere Artists zuschauen aus dem UK-Studio oder zum Beispiel auch ein weiterer Producer dabei ist und gleichzeitig sein Feedback zu geben. All das passiert dann eben gleichzeitig. Man muss sich wirklich nur, was die Zeiten angeht, koordinieren. Aber ansonsten ist es eben jetzt möglich, so umfassend zu verarbeiten. Klar gibt es immer kleine Verbesserungen. Nichts ist perfekt. Aber für uns ist das die passende Lösung. Kommen wir nochmal auf das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen, was ja ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist. In Star Citizen heißt es System Subsumption. Wann können wir denn ungefähr mit der ersten Version des Systems und damit NPCs im Spiel rechnen? Wir machen gute Fortschritte. Ich habe jetzt aktuell natürlich noch keinen exakten Zeitpunkt, wann ihr dieses System wirklich ins Spiel kriegt. Aber wir haben schon Teile davon implementiert und die funktionieren ganz gut. Ein paar Features werdet ihr tatsächlich in der CIG-Präsentation am Freitag sehen. Und von da aus werden wir es weiterentwickeln. Wir müssen dabei sehr, sehr viele verschiedene Faktoren einbeziehen, auch wie die gesamte Welt funktioniert und wie die NPCs sich durch dieses Universum bewegen, wie sie interagieren. Und an all dem arbeiten wir aktuell, machen dabei sehr gute Fortschritte. Aber wir müssen eben sehen, dass wir noch ein System noch nicht veröffentlichen, wenn wir nicht vollständig damit zufrieden sind. Das heißt, das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir sehr, sehr hart an diesen Sachen arbeiten und die Leute uns dann dafür auslassen, auslachen. Und deshalb nehmen wir uns ein bisschen Zeit für den Fortschritt und es wird noch ein bisschen dauern, bis es alles da ist. Bevor du zu CIG gekommen bist, warst du, soweit ich weiß, bei Crytek. Die CryEngine ist also gewissermaßen auch dein Baby und ihr habt viel daran verändert, habt sie erweitert und sehr stark bearbeitet. Was ist in deinen Augen das größte Feature der neuen CryEngine, mit der du aktuell arbeitest? Tatsächlich ist es aktuell so, dass wir wohl um die 50 Prozent der Basis-CryEngine bereits verändert haben. Und das läuft sehr, sehr gut. Wir werden auch weiter Fortschritte machen darin, die Engine komplett umzuarbeiten, sodass sie zu unseren Bedürfnissen passt. Ich meine, das soll man nicht falsch verstehen. Die CryEngine ist wirklich eine sehr, sehr gute Engine und insbesondere darin gut, das Spiel so darzustellen, wie wir es wollen und unseren Qualitätsansprüchen zu genügen. Wir müssen sie jetzt noch nur in die Richtung erweitern, dass sie auch wirklich alles darstellen und bringen kann, was wir von Star Citizen und dem ganzen Spiel erwarten. Alright, cool. Thank you very much for this interview. Hope to see you again here. And we see you definitely on Friday, I think.